Ein Harnstau entsteht, wenn der Urin aus der Niere nicht abfließen kann, kann unterschiedliche Ursachen haben. Das häufigste ist ein Harnstein, der im Harnleiter sitzt, kann aber auch Narbige, Engen im Harnleiter als Ursache haben oder ein sogenannter Reflux, das heißt, das Urin von der Blase in die Niere zurückfließt. Untertitelung des ZDF, 2020